Hallo Leute, jetzt kommt zu einem neuen Video. Heute wollte ich schon mal den Song Nerds Prank machen. Wen ich kennt, das ist, ich schreibe irgendeiner Person in WhatsApp oder Facebook, halt da, wo ihr möchtet. Ich schreibe dir einen kleinen zukommen Liedtext und schreibe, was ihr an, wo dann schreibt einfach immer weiter. Und ich nehme von Apparat den Titel Photoshop. So, fangen wir mal an. Das beginnt ja mit einem nagelneuer Benzer. Ich habe 4 oder 5 Aufnahmen, die Leute haben nie geantwortet. Oder kann man von nicht online verzoggen werden? Ich hoffe, es klappt die Ziele. Ich bin nicht, 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 ich bin nicht. So, sie ist online. Und wieder offline. Und wieder online. Hin und her, ey. Oh, hat gelesen. Schreibt. Okay, ich höre mich. Arme aus dem Fenster. Der zeigt. Oh, sie war glaube ich, ich meine. Ah, sie weiß, ich glaube ich davon Bescheid. Ah, sie weiß, ich glaube ich davon Bescheid. Mal schauen, was geht. Sie weiß ganz genau. So. Ich glaube, ich habe noch mal ein bisschen anlösen mal auf. Junge, Junge, Junge. So, mal schauen, was sie jetzt schreibt. Ach ja. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. am Mann wird sich herausgefunden Scheiße machen denn den den so sie jetzt noch nicht gelesen das ist gelesen im g-d-im Dürken der doch schüttelt wie gut fallen es kommt mit jedem zweiten Tag so song lyrics bringen und ja wenn ich verliebt vom oben da abonniert kostenlos bis zum nächsten Mal Ciao.